Ah, jetzt haben wir die 10 Caches zusammen. So, jetzt werde ich aber noch mit ein paar Leuten. Aber nur, um sicherzugehen, dass ich auch nichts vergessen habe. Was machen eigentlich diese Esmeria hier? Hätten die nicht bleiben können, wo sie herkommen? Hätten sie tun können, ja. Äh, muss ich ganz kurz mal gucken. Hier ist doch das komische Auto. So, wer ist der Baldino und wo ist der? Wer hat da gerade rumgeschlagen? Naja, keine Ahnung. Ist die irgendwie hier, dann kann ich mir sagen nochmal, wer Baldino ist. Ich glaube, die ist beim Dino-Fly. Twinsen, hast du den Heilmagier gefunden? Nein, immer noch nicht. Twinsen, hast du den Heilmagier gefunden? Nichts mehr. Gut, gut. Dann muss ich mich mal noch weiter umsehen oder einfach schon mal zur Wüsteninsel fahren. Ich muss kurz schauen, was ist denn hier noch? Na warum noch ein Laden? Vielleicht gibt es wieder Make-Up-Inguin, aber von den Dingern war ich ja noch nie so ein Freund. Oh, noch mehr Helions. Guten Tag. Seid gegrüßt, Pensionier. Wir sind eure Freunde. Wir kommen in friedlicher Absicht auf euren Seiten. Okay, der sagt auch das selber. Waren wir noch da drinnen? Hallo. Hallo! Sie brauchen einen Gepäckaufbewahrungsschein, um einen hier deponierten Gegenstand abzuholen. Okay. Hm. Hallo? Das fliegende Fahrzeug dieser Besucher hat zwar sehr schön, aber beim Einparken doch irgendwie ziemlich unpraktisch. Also, ach Gage! Und wo soll ich dich absetzen? Ich bleibe hier. Hm. Vielleicht praktisch der kann nein schneller. Hier rumfahren. Praktisch wie ein Aten-Taxi. Okay. Dann hole ich mir mal jetzt eben einen Fahrschein für die Fähre. Sagt ja wahrscheinlich auch nur dasselbe. Seid gegrüßt, Pensionier. Wir sind eure Freunde. Ja. Hallo. Oh. Willkommen bei der Inselbeere. Natürlich, ich kann dich nur den Gages fahren. Und wie wollen wir denn? Auf die Wüsten gehen. Du besitzt eine Fahrkarte für die Fähre. Hm. Ah, da ist er ja. Hallo. Ach so, muss ich ihm die erst zeigen. Ja, Herr Paul. Sie brauchen eine Fahrkarte für die Fähre, Herr Tinsen. Zufällig habe ich gerade so eine. Die Karte ist in Ordnung, Herr Tinsen. Steigen Sie ein und gute Reise. Die Karte ist in Ordnung, Herr Tinsen. Die Karte ist in Ordnung, Herr Tinsen. Die Karte ist in Ordnung, Herr Tinsen. Die Karte, der ja Aktien. Und Gran. Sie brauchen eine Frau. Diese Karte ist in Ordnung, Herr Tinsen, Herr Tinsen. Wie man sehen kann, hat sich die Wüsteninsel inzwischen auch ziemlich verändert. Damals war es ja noch dieser Armeestützpunkt, der den Büt-Tempel beschützt hat. Aber wie man auch sehen kann, sind die Aliens auch schon dort. Und von wegen friedlicher Absicht... Ah, okay. Als Mülleimer, sagt sie. Ja, das ist so einer wahrscheinlich. So, dann trete ich den mal eben kurz in die Tonne. Schenkelklopfer. Okay, hier dürfte jetzt irgendwo der Heilmarkt hier erst sein, glaube ich. Wer bist du denn? Guten Tag. Willkommen bei den Inselfähren. Ah, okay. Mach zwölf Kast. Ich bleibe hier. Hier kostet es zwölf Kast, ey, Wuche. Hallo. Guten Tag, Dwinzunia. Der sagt auch dasselbe, okay. Ah, okay. Hier ist der Laden. Und wer sind sie denn? Hallo. Ich suche den Heilmagier. Ich muss meinen Dinofly heilen. Ah, Sie sind's. Guten Tag. Es tut mir wirklich leid. Der Heilmagier Keraog ist verreist. Und ich weiß nicht, wann er zurückkommt. Versuchen Sie es einmal bei der Zauberschule, wenn es dringend ist. Hallo, Jérôme. Ich suche die Zauberschule. Hallo, Twinsen. Weißt du, Twinsen, ich und Magie, das passt einfach nicht zusammen. Ich hätte mir nicht mal im Traum einfallen lassen, dass es eine Schule gibt, in der man zaubern lernen kann. Hier ist das Bauteil, das Zoe noch für euer Auto braucht. Jérôme Baldino hat dir gerade ein Bauteil gegeben, das Zoe für die Reparatur des Autos braucht. Ah, okay, praktisch. Dann kann ich da irgendwann mal auch zurückfahren. Sobald ich das Geld hab. Na, wie komm ich da rein? Ah. Ah. Was ist hier noch? Ich werde auch noch im Laden. Was verkauft der denn? Guten Tag. Ich suche die Zauberschule. Willkommen. Nein, obwohl ich sammle in der Wüste immer Pflanzen, die ich zum Kochen nehme. Aber da ist ein ziemlich gruseliger Ort, eine Art verlassener Garten, um den ich immer einen großen Wogen mache. Vielleicht dort. Okay. Dann einfach mal Richtung Wüste. Aha. Alte Herren beim Spielen. Au. Blöder Mülleimer. Oh, wen haben wir denn da? Guten Tag. Ich suche die Zauberschule. Guten Tag. Ich weiß zwar, wo sie ist, aber ich darf es ihnen nicht verraten. Werte Herr, ich darf ihnen nichts verkaufen, wenn sie kein Magier sind. Okay. Okay. Aber ich habe einen magischen Ball. Ja, ich glaube, das interessiert ihn recht herzlich wenig. Ich habe eh nicht genug Geld. Ich glaube, wenn man es richtig macht, kann man sich da auch irgendwie reinschleichen. Irgendwie... Irgendwie ging das, glaube ich. Ja, hier. Oder... Mit Anlauf geht das bestimmt. Da komme ich doch bestimmt rüber. Ich habe gesagt, du sollst dann im Gefälligsten im Laufen springen. Na, komm schon. Ich weiß, dass es ging. Ich meine, die haben ja extra Polizei, die einen dann anfängt zu verfolgen, wenn man da reingeht. Vielleicht, wenn ich einfach an dem Typ vorbeiläufe. Oh. Halt du den! Halt du den! Halt du den! So, mal sehen. Hier war doch bestimmt auch was. Guten Tag. Ich suche die Zauberschule. Guten Tag. Ich wusste ja nicht mal, dass es so was gibt. Wenn wir mal Zeit haben und sie finden, werden wir sie aber bestimmt mal besichtigen. Dieser Tempel ist einfach unglaublich. Ich frage mich, was wir als nächstes besichtigen werden. Touristen, aha. Hallo. Ich suche die Zauberschule. Schule mag ich nicht. Hey, Sie! Mein Papa ist total stark. Der hat uns ohne Eintritt reinbekommen. Habe ich auch geschafft. Guten Tag. Ich suche die Zauberschule. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ja, also, die Eintrittskarten, die habe ich nicht. Ich habe mich bei meinem Bruder gelassen. Er ist Parkwächter. Wissen Sie, da oben. Sie verstehen doch. Aha. Ja, ich verstehe voll und ganz. Aber, aber. Ups. Wie mache ich das denn nochmal? Aha. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ah, ups. Aber solange das hier niemand bewegt, dürfte ich auch nicht mehr in das Tor da unten fahren. Von dem her passt das ja, dass ich das beim ersten Versuch nicht gleich geschafft habe mit dem Pfeil. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo ich rauskomme. Mal wirklich daran erinnern, wie man das hier nochmal machen muss. Hier weiß ich nämlich auch nicht mehr genau. Kann mich da nicht mehr ganz dran erinnern. Oh! Oh! Okay. Okay. Na, das war ja jetzt recht amüsant.